Heute geht es zur Kieler Woche und wir machen, wenn ich du wäre. Wir brauchen natürlich Geld, am besten Bargeld und das Problem ist, ich habe nicht wirklich viel dabei. Wenn ich du wäre, geh mal zu Mama ins Büro, also zu ihrem Portemonnaie und guck mal, was sie da an Bargeld hat. Wir wollen natürlich auch ganz viel fahren und essen. Okay, denkst du, es fällt was? Ich glaube schon. Oh, yo, geil. 50 Euro auf jeden Fall. 70, 80, 90. Ja, es reicht, es reicht noch. 100 Euro. Ex, es reicht. Ja, schon, es ist einfach ein bisschen Geld dabei. Jetzt kann es losgehen. Willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind jetzt gerade hier auf der Kieler Woche mit dabei. Ash, Chrissy, Kai und Andi. Es wird geil. Wir machen heute, wenn ich du wäre. Okay, let's go. Habt ihr Bock? Wenn ich du wäre, würde ich aber ganz laut schreien. Jetzt? Jetzt, als würdest du mitfahren. Yeah! Okay, habe ich gemacht. Chrissy. Reicht. Hat jemand Hunger von euch? Wenn ich du wäre, würde ich nach Hause gehen. Tschüss. Jo, haut rein, war schön mit euch. Tschüss. Angie meinte eben, dass du Hunger hast. Ja. Das wäre jetzt dein Moment für eine Aufgabe. Achso, wenn du wäre, würde ich ausgeben. Oder so. Okay. Ich hätte gerne einmal Champignons, Hotdog, ein Stück Pizza, ein paar Pommes. Wie viel Geld hast du dabei? Gar keins. Ich habe auch nicht. Ich habe auch nicht. Für Kai auch nicht. Bin ich der Einzige mit Geld dabei? Ja. Schade. Warum ist das hier so laut? Oh, Breakdancer. Erster Step. Wir suchen was zu essen. Wenn ich du wäre, würde ich mir so einen coolen Hut hier holen und die ganze Zeit damit rumlaufen. Besten Sachen zuerst. Let's go. Willst du den aus dem Wasser, sag ich. Nein. Guck mal, warte. Der ist nicht schön. Nein, nein, der ist nicht schön. Pikachu? Pikachu. Pikachu. Okay, Pikachu. Okay, perfekt. Steht mir das? Ja, komm. Wir nehmen ja. Abstimmung. Ich bin da reingesandt. Ja, gut. Doch. Gut. Ja, diese Ohren, ne? Ich habe Feingeld. Ich glaube, der ist ein bisschen zu klein eigentlich. Feingeld? Drei Euro. Also, ich würde sagen, ich habe einen neuen, freshen Hut. Echt? Ja, danke. Der kennt mich nicht mehr. Ich kenne dich auch nicht mehr. Andi, ich kenne mich auch nicht. Oh. Aber jetzt bewertet man ehrlich mal einen Hut. Eins bis zehn, was sagt ihr? Finde ich schön? Zehn vor zehn. Zehn vor zehn. Ja, der Einzige, der zu mir hält. Zehn vor zehn. Ehrenmann. Dafür spendiere ich dir auch was zu essen. Danke. Was willst du haben? Wie geht's? Nein, mit ihr habe ich nicht geredet. Auf einmal kommt sie wieder an. Wenn ich du wäre, würde ich mir direkt noch einmal Corndogs kaufen. Let's go. Okay, hinter mir Corndogs schon, let's go. Wer von euch hat Corndogs auch schon mal gegessen? Die sind echt geil. Hast du Kleingeld? Nein, leider nicht. Hast du Kleingeld? Wenn ich du wäre, gib mir dein Kleingeld. Hast du Kleingeld? Nein, hab ich nicht. Sanzi. Spaß, warte. Kommst du damit weiter? Wahrscheinlich nicht. Oh, oh, wir sind reich. Komm mit, Ash. Also wenn ich du wäre, gib das ganze Geld aus und versuch. Komm, versuch Spider-Man zu holen, okay? Nein, komplett nicht den hier. Den? Wer ist das? Wenn ich so als gäbe, es würde nicht klappen. Wenn ich du wäre, würde ich lieber Greif-Automaten machen. Das ist wenigstens die Chance, was zu gewinnen. Aber nicht die Großen? Nein. Das kriegt man, glaube ich, eh nicht hin. Ja, okay. Wir sind jetzt hier bei so einem Mini-Stisch-Automaten. Genau, 30 Sekunden Zeit. Du musst das richtig gut machen. Kannst du Rotter machen, oder? Äh, ja, ich glaube. Ich weiß nicht. Boah, das könnte gut sein, könnte gut sein. Oh, ah. Zweiter Versuch. Ja, genau. So ist gut. Komm, 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 komm. Oh, nein. Warte mal. Ja, komm, komm mal. Ganz komisch, oder? Das ist... Ich hab extra raus mit so einem Spiegel und so gemacht, dass man sich das voll irritiert. Das nenn ich rausgeschmissen in zwei Euro. Andina, wenn ich du wäre, diesen Panda musst du umarmen. Merkst du, wenn wir einen Weg machen? Moin. Ja, können wir gerne machen. Geh umar. Oh, süß. Und wie war? Weich? War weich. Weich. Und? Ja. War weich, war voll cool eigentlich. Klär ich mich noch mal. Der Bär fand dir deine Freundin aus. Egal. Egal. Pass hinten einmal. Pass hinten einmal. Andi, wenn ich du wäre, geh da einfach direkt nochmal hin. Okay, und wenn ich du wäre, würde ich mitkommen. Du von einer Seite, von der anderen. Was soll ich mit 20 Cent machen? Reinschmeißen. Alles klar, komm, let's go. Wir wollen nochmal. Schreiß, ich will das. Okay. Dann will ich nicht, Andi. Schönen Tag, Noah. Tschüss. Ich bin nach Hause. Esch kommt, glaube ich, nie wieder mit uns mit. Ey, Esch. Wenn ich du wäre, ich würde da Dosenwerfen machen. Versuch Nummer zwei ein Kuscheltier zu bekommen. Okay. Wir schaffen das noch. Du hast drei Würfel. Ja. Da muss er raufwerfen. Ja, ich helfe. Hä? Oh. Sauber. Sauber. Oh. Abgeräumt. Ich muss jetzt mit einem drei. Und dann mit einem noch den anderen, oder? Ja, genau. Einmal die drei links musst du einmal abwerfen. Ja, sauber. Ja, ich bin nicht da. Hä? Ja, ist vorbei schon. Ja. Oh. Das könnte was werden. So. Die vier da. Ah. Egal. Zwei noch übrig. Schade. Ich darf trotzdem Trostpreis mitnehmen. Was möchtest du haben? Ja, ich nehme mir das mit. Nein. Wenn ich du wäre, zieh dran. Angst. Ei. Aber mach. Hä? Jiii. Mach mal, mach mal. Nein, ich bin nicht. Wenn ich du wäre, so zieh es auch dran. Ich habe Angst vor sowas. Huh. Komm, mach. Jetzt. Ich sag' ehrlich. Es ist unangenehm. Wenn ich du wäre, Ash, würde ich das fahren. Ja, okay. Aber wenn ich du wäre, du fährst mit. Oh, nein. Doch, komm. Ey, das ist schon hoch, ne? Ja, ich weiß. Okay, let's go. Ich habe sogar Tickets ausgegeben. Gökha ist Ticket. Er ist dein Ticket. Seid ihr aufgeregt? Ja, ja. Da oben geht es jetzt rein. Das ist sowas von hoch. Du hast Höhenangst? Ich habe Höhenangst. Ah, hast du Höhenangst? Ja, ich habe doch Angst. Kein Game. Da unten sitzen die beiden. Und tschüss. Hau rein. Ah, Junge, jetzt sind die Hände dabei. Kommentiert mal, ob ihr euch auch trauen würdet. Kiel, Digga. Nein. Oh, die müssen wir lassen. Was? Die lassen uns hier hängen. Oh, nein, die gehen zurück. Wie, die gehen zurück? Oh, nein. Rückwärts. Rückwärts. Nein, nicht rückwärts. Ach so. Ich dachte, das wäre fatal. Oh, mein Gott. Die wollen uns. Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Heilige Scheiße. Was passiert hier? Ey, es wird immer schlimmer. Ich werde geschneidert. Wie viel ist das? Was war schon so lange, Digga? Oh, mein Gott. Scheiße. Oh, mein Gott. Oh, wir sind richtig. Wir sind... Oh, mein Gott. Ich wollte den Looping machen. Oh, mein Gott. Wir machen Looping. Heilige Scheiße. Oh, mein Gott. Nein. Looping. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich werde das irgendwie wieder machen. Das sind jetzt schon drei Minuten. Drei Minuten. Oh, mein Gott. Und, dude. Moin, was geht? Wie war's am Ende? Krass. Krass. Wie war's? Schlimm. Wenn ich du wäre. Geh mal dahin und versuch, uns ins Trikot zu schießen. Okay, komm. Ja, ein Ticken höher vielleicht. Mal schauen, was der zweite Schuss macht. Ja, schon besser? Joa. Wenigstens kriegst du einen kleinen Trostpreis hier. Ey, nimm doch sowas Süßes hier mit. I love... Ja, okay, Andi. Ja, du kannst auch. Du kannst auch. Versuch mal dein Glück. Joa, vielleicht ein Ticken höher. Legg los. Komm, dann lass mal dich näher ran. Danke. Und gewinnen. Wenn ich du wäre, dann machst du auch. Du hast dein Fußball gespielt. Ich versuch's auch. Jetzt weiß ich mich nicht. War wohl nix. Ich darf mir sogar einen Pokal hier mitnehmen. Fürs Nicht-Treffen. Ah, Geh, kann man auch noch? Den schenke ich dir. Für? Ne. Nicht-Treffen? Ja, genau. Ey, kein Scherz. Ich glaub... Ich hab... Boah. Ey, ich hab das Gefühl, aber wir haben irgendwie einen schweren Ball, oder? Ja, der Ball war richtig hart. Okay. Was denn? Ich muss mir was dir zeigen. Kannst du dir geschauen? Nein, ich war. Ich schenke das doch. Das wenigstens ein Herz. Oh, warte mal. Das Geschenke ist besser für dich. War deine Idee? Nee, natürlich. Oh, Göka schieß auch. Ein Ticken höher. Ja, schwer, ne? Ja, schwer. Ja, schwer. Besser. Ja! Oha! Der Erste, der getroffen hat. Bei wieviel Schissen? Fast zwölf. Richtige Fan-Malde hier. Let's go! Oh! Ey, aber er ist gut getroffen. Ich bin mal auf Karl. Ja! Wenn nicht du wäre, du wäre, du wäre, du wäre, wir gehen alle da rein. Seid ihr aufgeregt? Ja! Es geht los! Okay, bis jetzt alles entspannt! Oh, Sonne und Ofer hier! Ich bin so schockiert. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Aber du bist ja echt entspannt, doch! Oder? Oh! Ich hätte jetzt essen sollen! Vielleicht kann der Erste wieder raus! Schön aussieht, ehrlich! Ist gute Aussicht hier oben! Und wie ist? Ja, geht's! Im Gegensatz zu dem, der Erste, der ist schon da stehen! Ich muss sagen, ich bin ganz happy damit! Ich auch! Danke! Dankeschön! Danke! Ich bin da ablauffreund, heute! Ja! Wasser! Welcome, Wasser! Kommt hier Wasser? Erst einmal, schlau! Okay! Irgendwann ist das Wasserkampf! Leider haben wir einen gewissen. Wir müssen das Wasser machen. Weil wir jetzt in die Maschine kommen. Bis zum Literal. Das ist hier Wasser! Ja! Oh! Heiko! Ja! Hehehe! Hehehe! Los den Kopf! Ich weiß es nicht! Oh! Und die werden geräuchert. Kleine Abkühlungsruppe. Den hab ich fast vergessen. Also ich bin, das steht hier auf jeden Fall. Oder? Schön, oder? Also Christi, wenn ich du wäre, ich hab langsam richtig Hunger. Kannst du mir was ausgeben? Oder uns was ausgeben? Let's go. Kein Scherz, mir ist irgendwie ein bisschen sogar schlecht geworden. Ich bin super anfällig für sowas geworden. Mir ist auch voll schlecht, ne? Aber ich weiß nicht warum. Ich konnte sowas richtig gut ab früher. Mir ist auch schlecht geworden. Schlecht? Bei dem anderen Buben bin ich mal schlecht. Aber bei dem schon. Ist die auch schlecht? Ja, mein Essen ist fast hochgekocht. Wer ist, wenn ich du wäre, gib mir eine Flasche aus. Entspannter Aufgabe mach ich. Welche Sorten hast du jetzt? Keine Ahnung, Blaubeere, Maracuja, alles. Was ist eure Lieblings Slush-Torte? Ich weiß, vor ein paar Jahren gab's die Red Bull Slush. Das war cool. Aber gibt's nicht mehr. Endlich gibt's Essen. Christi gibt aus. Boah, die sind echt geil. Wir sind gleich am Ende eine komplette Runde rumgegangen. Haben uns jetzt gerade noch was zu trinken geholt. Es ist zu warm. Es ist zu warm, es ist zu warm. Es ist hier nicht eigentlich... Voll das gute Kilo-Woche-Wetter. Hat mir noch nie so, oder? Wollte grad sagen. Ist das Wasser eklig oder was? Ist das so eklig. Was? Wieso? Es ist so schlimm. Nein, das schmeckt nach Wasser. Aber nimmt nach was Gute. Weiß ich nicht. Also ich würd's nicht nochmal kaufen. So, guten Durst. Ja. Aber es ist wirklich richtig krass warm. Hier hat richtig geiles Wetter. Bockst. Weg von der Kilo-Woche. Eine letzte Aufgabe. Es. Wenn nicht du wäre. Leg dich genau jetzt hier auf den Boden. Du musst. Dann kommst du nicht mehr weg. So, genau. Und wenn ich du wäre. Wann dich ein bisschen. Würde ich jetzt einfach hier liegen bleiben. Hau rein. Wir sehen uns später. Wir holen dich nachher wieder ab, ne? Lass mich nicht. Also Weg jetzt wieder ins Auto. War schön mit dir. Ey, 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 ey. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. So, dann werden wir noch dich sagen. Tschüss. Ciao Kakao. Ciao Kakao. Hab ich mir nicht.